Musik 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 Wir stehen hier gerade vor dem Haus der Kulturen der Welt und sind heute bei der Eröffnung der Sektion Generation 14 plus dabei. Und Björn, was machen wir da überhaupt? Wir schauen uns den Film an, wie es bei Berlinale eigentlich so üblich ist. Der Film heißt On the Road. Es geht um eine Band, die sich War of Alice nennt. Und Michael Winterbottom hat aus Sicht eines Crewmitgliedes, eines neuen Crewmitgliedes, die Tournee gefilmt. Das hört sich sehr interessant an. Ich denke, wir werden später auch nochmal ein bisschen drüber quatschen, aber gerade ist mir ziemlich kalt. Mir auch. Wir gehen jetzt auf jeden Fall rein, würde ich sagen.